Der Elektro-Deichselstapler Jungheinrich EJC 112Z ist das perfekte Gerät für den flexiblen Einsatz an Rampen und Bodenschwellen. Denn mit dem zusätzlichen Radarmhub überwindet er mühelos Bodenunebenheiten oder Ladebrücken, auch bei voller Last. Mit dem Zusatzhub als zweitem Hubmechanismus lassen sich die Radarme losgelöst von den Gabeln anheben. Radarmhub und Masthub des Zweifachteleskophubgerüstes arbeiten dabei unabhängig voneinander. Der zusätzliche Radarmhub sorgt für höhere Bodenfreiheit und macht den Elektro-Stapler im täglichen Einsatz noch flexibler. Er transportiert Waren bis 2000 kg und lagert Lasten bis 1200 kg in Höhen bis zu 4,30 m ein oder aus. Der drehzahlgeregelte und geräuschlose Hydraulikmotor sorgt dafür, dass sich auch schwere Lasten exakt und sanft heben lassen. Mit der Proportionalhydraulik können empfindliche Lasten besonders feinfühlig im Regal oder auf dem Boden abgesenkt werden. Ab einer Hubhöhe von etwa 1,80 m reduziert sich die Fahrgeschwindigkeit automatisch. Beste Voraussetzungen also, um lastensicher und wirtschaftlich ein- und auszulagern. Alle Fahr-, Hub- und Senkfunktionen steuern Sie bequem vom Multifunktions-Deichselkopf aus. Das zentrale Anzeige- und Einstellinstrument zeigt unter anderem Informationen wie die Betriebsstunden oder den Batterieladestand an. Die Batteriekapazität von 150 Ah sorgt für eine lange Nutzungsdauer. Mit dem integrierten Ladegerät, das gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt ist, kann die Batterie an jeder 230 Volt Steckdose aufgeladen werden. Optional kann die Pflege der Batterie durch ein automatisches, zentralisiertes Wassernachfüllsystem erleichtert werden. Kompakte Abmessungen und eine geringe Arbeitsgangbreite machen den EJC 112Z besonders wendig. Bei hochgestellter Deichsel und gedrücktem Schleichfahrt-Taster wird auch bei wenig Platz sicher gearbeitet. Die abgerundete Fahrzeugkontur, das Vierradkonzept für höchste Standsicherheit und die lange Sicherheitsdeichsel bieten maximalen Schutz für den Bediener. Der Elektrostapler mit Zweifachteleskop-Hubgerüst überwindet auch bei voller Last mühelos Unebenheiten, Rampen oder Schwellen. Sogar die Aufnahme von zwei Paletten übereinander ist mit der zusätzlichen Option Doppelstock-Einsatz zulässig. Stellen Sie sich bei uns im Shop Ihre individuelle Ausführung zusammen, um Ihren Warenumschlag nachhaltig zu optimieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017